Dieses Bild eskaliert komplett. Der Garten der Lüste von Hieronymus Bosch. Was geht hier? Und was ist bitte das? Dieses Bild ist 500 Jahre alt und so crazy. Die drei Teile zeigen alle möglichen Sünden. Los geht's im Garten Eden mit Adam und Eva und einem zweibeinigen Dackel, auch Zwackel genannt. In der Mitte ist der Garten der Lüste. Hier geht's viel um die Sünde Wollos. Da wird auf einer Ente gesurft. Es gibt strange Bauten und einen Dackel. Auf dem rechten Bild hat Hieronymus Bosch dann die Hölle gemalt mit jeder Menge Sünden, wie zum Beispiel Spielsucht. Sag Nein zu Novolein. In der Hölle werden die Sünden bestraft mit teilweise weirder Folter. Das Bild ist eine moralische Warnung. Bleib brav und kauf mein Buch. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Kunst.